Guten Morgen, heirli tonn. Guten Tag, heirli kunn. Guten Abend, heirli gecch. Guten Abend, heirli gecch. Gute Nacht, heirli tunn. Schlaf gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Bis bald. Ein schönes Wochenende. Ein schönes Wochenende. Schöne Feiertage. Schöne Feiertage. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Mir geht es sehr gut. Mir geht es sehr gut. Mir geht es nicht so gut. Mir geht es nicht so gut. Wie heissen Sie? Wie heissen Sie? Ich heisse Markus Hürlimann. Ich heisse Markus Hürlimann. Mir ist mein Markus. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Linda Strauss. Mein Name ist Linda Strauss. Mein Name ist Linda Strauss. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Ich komme aus Österreich. Ich komme aus Österreich. Mein Ausstrahlmann. Ich komme aus Österreich. Mein Ausstrahlmann. Kommen Sie auch aus Österreich? Nein, ich komme nicht aus Österreich. Nein, ich komme nicht aus Österreich. Nein, ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Ich wohne in Wien. Ich wohne in Wien. Und Sie? Und Sie? Und Sie? Ich wohne in München. Ich wohne in München. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Ich bin 34 Jahre alt. Ich bin 34 Jahre alt. Und Sie, wie alt sind Sie? Und Sie, wie alt sind Sie? Ich bin 42 Jahre alt. Ich bin 42 Jahre alt. Was ist Ihr Beruf? Was ist Ihr Beruf? Mein Beruf ist Anwältin. Mein Beruf ist Anwältin. Als was arbeiten Sie? Als was arbeiten Sie? Ich bin Buchhalter. Ich bin Buchhalter. Sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet. Ich bin ledig. Nein, ich bin nicht verheiratet. Ich bin ledig. Nein, ich bin nicht verheiratet. Und Sie, sind Sie verheiratet? Nein, ich bin verheiratet. Ja, ich bin verheiratet. Ja, ich bin verheiratet. Ich bin nicht verheiratet. Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Ja, ich habe einen Sohn. Ich bin nicht verheiratet. Ja, ich bin nicht verheiratet. Was sind deine Hobbys? Ich mache Yoga. Ich mache Yoga. Ich spiele Gitarre. Ich höre gern Musik. Ich schwimme gern. Ich schwimme gern. Meine Hobbys sind Schwimmen, Musik hören und Gitarre spielen. Meine Hobbys sind Schwimmen, Musik hören und Gitarre spielen. Meine Hobbys sind Schwimmen, Musik hören und Gitarre spielen. Meine Hobbys sind Schwimmen, Musik hören und Gitarre spielen. Was machst du in der Freizeit? Ich bin 15 Minuten. Was machst du in der Freizeit? Ich bin 15 Minuten. Ich schlafe gern. Ich schlafe gern. Ich shoppe gern. Ich schoppe gern. Ich treffe gern Freunde. In meiner Freizeit lese ich gern Bücher. In meiner Freizeit lese ich gern Bücher. Ich mache oft Sport. Tanzt du gern? Tanzt du gern? Ja, ich tanze gern. Ja, ich tanze gern. Nein, ich tanze nicht gern. Nein, ich tanze nicht gern. Nein, ich tanze gern. Kannst du gut kochen? Kannst du gut kochen? Ja, ich kann gut kochen. Ja, ich kann gut kochen. Nein, ich kann nicht gut kochen. Nein, ich kann nicht gut kochen. Nein, ich kann gut kochen. Siehst du oft fern? Siehst du oft fern? Siehst du oft fern? Ja, ich sehe oft fern. Ja, ich sehe oft fern. Nein, ich sehe selten 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 fern. Wie oft rufst du deine Eltern an? Ich rufe sie selten an. Ich rufe sie jede Woche an. Ich rufe sie jede Woche an. Ich rufe sie jeden Tag an. Wohin gehst du? Wohin gehst du? Ich gehe in die Schule. Ich gehe in die Schule. Ich gehe in die Stadt. Ich gehe ins Restaurant. Ich gehe ins Restaurant. Ich gehe in den Park. Ich gehe in den Park. Ich gehe in den Supermarkt. Ich gehe in den Supermarkt. Ich gehe nach Hause. Ich gehe in den Park. Ich gehe in den Park. Wie viel kostet das T-Shirt? Es kostet 19 Euro. Es kostet 19 Euro. Wie viel kostet der Pullover? Wie viel kostet der Pullover? Er kostet 49 Euro. Wie viel kostet die Jacke? Wie viel kostet die Jacke? Sie kostet 289 Euro. Sie kostet 289 Euro. Wie viel kosten die Schuhe? Wie viel kostet die Schuhe? Its? Vielen Dank.